In dieser Aufnahme geht es um den IT-Grundschutz. Der IT-Grundschutz wird vom BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, herausgegeben. Beim BSI handelt es sich um eine Bundesbehörde mit Sitz in Bonn. Das BSI stellt insgesamt viele Empfehlungen für Sicherheitsthemen bereit. Beispielsweise gibt es eine technische Richtlinie, bei der Verschlüsselungsmethoden empfohlen werden und für die einzelnen empfohlenen Methoden minimale Schlüssellängen festgelegt werden. Außerdem gibt es Empfehlungen für gesamte Organisationen, d.h. wie diese Organisationen insgesamt systematisch mit Risiken der Informationssicherheit umgehen können. Dieses wird IT-Grundschutz genannt. Das BSI stellte in der Vergangenheit ein eigenes Tool namens GS-Tool für die Umsetzung des IT-Grundschutzes bereit. Die Entwicklung dieses Tools wurde jedoch eingestellt. Stattdessen empfiehlt das BSI nun andere Tools, mit denen sich ebenfalls der IT-Grundschutz umsetzen lässt. Neben den eigentlichen IT-Grundschutzkatalogen werden außerdem solche IT-Grundschutzstandards angeboten. Die IT-Grundschutzstandards beschreiben in erster Linie Methoden, wie der IT-Grundschutz angewendet werden kann. Diese Vorgehensweise findet man insbesondere in dem BSI-Standard 100-2. Im Standard 100-1 geht es zunächst einmal allgemein um Management-Systeme für Informationssicherheit. Denn an dieser Stelle ist es so, dass hier die Information im Vordergrund steht. D.h. eine Organisation soll sich anschauen, mit welchen Informationen sie insgesamt umgeht, soll diese bewerten, wie kritisch die einzelnen Informationen sind und sich dann auf der Basis dieser Analyse überlegen, wie die Informationen geschützt werden können. D.h. das ist ein bisschen anders als das Netzwerksicherheit, wie wir es jetzt hier insgesamt in dem MOOC betrachten. D.h. zusätzlich gibt es bei den IT-Grundschutzstandards noch Möglichkeiten, wie man eine Risikoanalyse durchführen kann und es werden spezielle Definitionen vorgenommen, wie das Notfallmanagement aussehen soll. D.h. die eigentlichen IT-Grundschutzkataloge sind dann ein großes Dokument, die aus drei Teilen bestehen. Also hier hat man zunächst einmal die sogenannten Bausteine. D.h. das sind jetzt Teile, aus denen eine Organisation besteht. D.h. man soll sich insgesamt anschauen, woraus besteht die Organisation. D.h. das ist jetzt nicht nur in dem Sinne von Hardware gemeint, von Räumen und so weiter, sondern auch von der Software, die soll hier ebenfalls mit einbezogen werden und auch die ganzen Mitarbeiter sollen in die Überlegungen mit einfließen. D.h. die Komponenten, die man dann identifiziert hat, dienen dazu, um auf die anderen Kataloge hier zu verweisen. D.h. da sind einmal die Gefährdungskataloge, die Listen von möglichen Bedrohungen enthalten und die Maßnahmenkataloge, die empfohlene Schutzmaßnahmen enthalten. Ja, bei jedem Baustein wird bei diesen Maßnahmen dann festgelegt, wie dies Umsetzen erfolgen soll. Also diese Siegelstufen legen fest dann, welche Maßnahmen unbedingt notwendig sind, welche anderen Maßnahmen eventuell mehr zusätzliche Maßnahmen darstellen als Zusatzinfo oder nur als Wissensangabe. Und das wird hier bei den Bausteinen mit formuliert. Zusätzlich gibt es im IT-Grundschutz Formulare und Checklisten, die die Anwendung des IT-Grundschutzes vereinfachen. Der IT-Grundschutz ist insgesamt sehr detailliert. Die 14. Ergänzungslieferung des IT-Grundschutzes hatte 4.883 Seiten, sodass hierbei natürlich längst nicht nur einer oder weniger Autoren dazu beitragen, sondern viele Autoren entsprechende spezielle Bereiche abdecken. Manchmal sind die Empfehlungen hier auch technologie-spezifisch und zum Teil auch tool-spezifisch. Das ist eine Besonderheit des IT-Grundschutzes, da andere Standards wie ISO-IEC 27000, ISO-IEC 20.000 oder COBIT deutlich allgemeiner sind und nicht auf solch eine Detailtiefe heruntergehen. Nun wollen wir uns die einzelnen Teile des IT-Grundschutzes nochmal genauer anschauen. Da sind zum einen mal die Bausteine. Die Bausteine sind in fünf Teile unterteilt, wobei der Bereich B1 übergreifende Aspekte umfasst. Das heißt, hier wird dargestellt, was ein Informationsmanagement insgesamt sein soll und wie man dabei bei der Erfassung aller sicherheitsrelevanten Informationen vorgehen soll. Es wird dargestellt, wie Schutzmaßnahmen geplant und durchgeführt werden können, wie organisatorische Maßnahmen aussehen können und unterschiedliche Konzepte wie Notfallmanagement, Hard- und Softwaremanagement, die Verwendung von Standardsoftware, werden hier festgelegt. Im Bereich B2 geht es dann um die Infrastruktur. Das heißt, dass man erstmal schaut, welche Infrastruktur hat man, also beispielsweise Gebäude, Serverräume, wie ist die Verkabelung, dass man dieses erfasst. Im Bereich B3 geht es um die Sicherheit der IT-Systeme. Man gruppiert die IT-Systeme nach deren Verwendung, also zum Beispiel bildet man Gruppen für Nutzer-Notebooks, für Firewalls und so weiter. Oftmals bietet es sich an, eine Trennung nach Betriebssystemen vorzunehmen, beispielsweise dann die Nutzer-Notebooks mit Windows-Betriebssystemen von denen mit Mac-Betriebssystemen zu unterscheiden. Im Bereich B4 geht es um die Sicherheit von Netzwerken. Also hier soll man erfassen, wie Netzwerke derzeit aufgebaut sind, welche relevanten Netzwerkkomponenten wie Router-Switches und so weiter man dabei verwendet. Im Bereich B5 geht es dann um die Software, das heißt um die Sicherheitsaspekte bei Anwendungen, die auf den IT-Systemen laufen. Wie schon erwähnt, verweisen ja dann die Bausteine wiederholt auf die Gefährdungskataloge. Ja, die Gefährdungskataloge selber sind auch unterstrukturiert, wobei der Bereich G0 erst später eingefügt wurde und Gefährdungen in allgemeinerer Art und Weise zusammenfasst. Die anderen Bereiche sind dann deutlich präziser. Im Bereich G1 geht es um höhere Gewalt, das heißt um Dinge, die man nicht unmittelbar beeinflussen kann, wie Blitzschlag, Feuer, Wasser, Stürme und so weiter. Im Bereich G2 geht es um Mängel, die die Organisation als Ganzes aufweist. Also beispielsweise, dass hier Regelungen für Zuständigkeiten insgesamt fehlen oder vielleicht nur in unzureichender Art und Weise vorliegen. Außerdem könnte es sein, dass man zwar sicherheitsrelevante Maßnahmen definiert hat, dass man die umsetzen möchte, aber das nur unzureichend kontrolliert, dass das auch tatsächlich gemacht werde. Und es könnte sein, dass insgesamt hier noch unsichere Netzwerkprotokolle, wie zum Beispiel Telnet oder FDP, in Anwendung sind. Im Bereich G3 geht es um menschliche Fehlhandlungen, also sozusagen um Fehler, die einzelne Mitarbeiter machen. Dabei kann es zum Verlust von Datenvertraulichkeit oder Datenintegrität kommen, zur unbeabsichtigten Zerstörung von Geräten oder von Datensätzen und auch, dass einzelne Mitarbeiter die Maßnahmen, die man eigentlich für die Organisation festgelegt hat, nicht beachten. Im Bereich G4 geht es um technisches Versagen, also dass die technischen Systeme von sich aus hier irgendwie ausfallen. Also beispielsweise die Stromversorgung, dass man Ausfälle innerhalb der Netzwerke hat und so weiter. Ja, im Bereich G5 geht es um vorsätzliche Handlungen. Also das sind mehr Dinge, die jetzt hier in dem MOOC Netzwerksicherheit ja im Vordergrund standen. Also ja insbesondere das Abhören von Netzwerken, Installation von Schadsoftware, aber auch Dinge wie Diebstahl und Vandalismus. Von den Bausteinen wird nicht nur auf die Gefährdungen verknüpft, sondern auch in Richtung der Maßnahmenkataloge. Das heißt, der Baustein sagt jeweils auch, dann welche Maßnahmen sinnvoll sind. Und die Maßnahmen sind ebenfalls wiederum in so Katalogen organisiert, die auch unterteilt sind. Dabei geht es im Bereich M1 um Maßnahmen bezüglich der Infrastruktur. Das heißt, wie soll man jetzt sich vor Blitzeinschlägen oder Diebstahl schützen? Wie ist die Klimatisierung von Räumen? Wie soll die durchgeführt werden? Wo ist Videoüberwachung sinnvoll? Und wie soll das gemacht werden? Und so weiter. Im Bereich M2 der Organisation geht es jetzt um Empfehlungen, wie die gesamte Organisation hier arbeiten soll. Also wie sollen insgesamt Ressourcen verwaltet werden? Welche Zugangskontrolle ist sinnvoll und wie geht man jetzt mit Software um, die nicht freigegeben ist? Da würde es sich dann in vielen Fällen empfehlen, deren Einsatz dann nicht zu erlauben. Im Bereich M3 geht es um Tipps und Empfehlungen für das Personal. Das heißt, wie sollen hier Mitarbeiter geschult werden? Und wie können insgesamt Anweisungen an die Mitarbeiter gegeben werden? Im Bereich M4 der Hard- und Software geht es beispielsweise um Regelungen für Passwörter. Also wie oft müssen Passwörter gewechselt werden? Wie ist die minimale Zeichenlänge? Welche Zeichen können hier überhaupt vorkommen? Und so weiter. Auch werden hier Regelungen für Bildschirmsperren und für Antivirenprogramme festgelegt. Die Bereich M5 geht es um die Kommunikation und dabei um die Vernetzung von IT-Systemen. Das heißt, welche Vernetzung von IT-Systemen ist sinnvoll? Wie sind zum Beispiel Redundanzkonzepte, die man eben im Netzwerk machen soll? Und wie sind Regeln zum Fernzugriff? Das ist jetzt halt so etwas wie Remote Access VPNs würden in den Bereich reinfallen. Und schließlich hat man noch den Bereich M6 mit der Notfallvorsorge. Hier werden Empfehlungen gegeben, wie man mit Notfallsituationen, also dass man größere Probleme in der Organisation hat, damit umgehen kann.